... flankierend, auch noch jetzt Schlupflöcher gebaut in den Märkten. Man kann also Abzweigungen geben, man muss nicht mehr durch alle Möbel durch. Heute war ich wieder bei Ikea, ich kann dir sagen, ich bin auch völlig fertig. Ich suchte nur ein kleines weißes Blitz, doch sie hatten es leider nur in Braun. Und ich stampfte weiter, wie vorgeschrieben, Niklas hört das Regal mit zu. Doch ich stolper über Couchtisch-Iglo und aufs Polster Exjö hat's mich hingehauen. Und ich muss durch alle Möbel durch, mit allen Möbel durch, hin und her, zick, zack, durch alle Möbel durch. Ich muss durch alle Möbel durch, mit allen Möbel durch, mit allen Möbeln durch. Prinz, der Schrank, Prinz in der Ecke, das Ringwahl-Onkel macht mir wieder Mut, doch gern der Sekretär mit seiner großen Klappe stößt mich in die Krise, probiereid, ich muss durch alle Möbel durch, alle Möbel durch, in einen Helm zickseln, durch alle Möbel durch und die Fritsch. Und nun steh ich hier, anstatt Billy hab ich eine Pfanne und eine Kerze und eine Lampe und einen Stuhl, all die Stunden hier waren vergebens und leer, da hätt ich doch besser zuhause auf meinem Bettsofa Grindel gelegen, oder mein Schreibtisch Rasmus aufgereiht. Ich muss durch alle Möbel durch, alle Möbel durch, hin und her, zerwitseln, durch alle Möbel durch which, alle Möbel durch, alle Möbel durch. Bis zum Higdisch in der Zeit Und probiere immer davon Möbe, möbe, a delme in euch Alle Möbe in euch Möbe, 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 pah Hey, 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 hey Englisch, Deutsch, alle Börbe, Deutsch Alle Börbe, Deutsch Hey, hey, ticker, tacker, ticker, tacken, ticker, tack Yeah, ja, 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 ja Musik Musik Das war's, liebe Leute, mit eurer Comic-Compo und unserer Bernhard Düring-Keyboards. Musik Christian Kunz am Bass, Wolfgang Quaps am Schlafzoll, Sebastian Schuster, das war geil. Musik 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 Musik